Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Kirby und das vergessene Land. Heute verzichten wir mal auf Kapseln, weil so viel Geld haben wir jetzt nun auch nicht mehr, wenn dann die nächste blaue Pause kommt. So, als erstes wartet ihr am Bosskampf auf uns, wir gehen da ohne Verstärkung rein und schauen wir mal, ob wir es beim ersten Versuch dann schaffen werden, soweit wir die Schätze erlebigt haben. So, was haben wir denn hier? Eisbett, Eis, Schatz, okay. Eis kalt, hab's serviert, okay. Aua. Das ist ja echt nervig. Oh, Mann. Kann ich nicht meine Fähigkeit hier ausspüren? Nö, darf ich nicht. Und ich nehme selbst hier schon, das ist jetzt sehr wunderbar hier. Ey, sorry, aber ich mag dieses. Na guck mal, ich nehme sogar selbst schon. Das ist doch nicht gefährlich hier. Na guck mal, wie soll man das nicht so schön schießen? Oh, komm, das ist doch... Nee. Nö, nö. No. So, ja, bei diesem Schatz mach ich definitiv nicht nochmal. Wenn wir drauf gehen. Äh, so, also... Kann ich das? Na, kann ich. Okay. Damit haben wir uns klar, wie das funktioniert. Oh, bitte sag mir, dass das jetzt ist. 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 Ja. Ich weiß jetzt, wie es geht und ich glaube, jetzt kriege ich es besser hin. So. So. Okay. So macht es natürlich mehr Sinn. So macht es definitiv mehr Sinn. So macht es definitiv mehr Sinn. So macht es definitiv mehr Sinn. So macht es doch definitiv mehr Sinn. So. So. So, schon. So, ist esensイense, die anderen sind... die oder Fahne haben wir ausgeschlossen immer geschafft. So. Okay, die sind schon, die mich gerne ankommen. Okay. das war anstrengend das war ich nicht nochmal weg ist das spiel die dieses was haben wir hier säge bummer anscheinste abguna trifft die schritte auch nicht schon wieder so was ah es ist und ich glaube ich muss das so machen ja 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 was soll das denn gehen? ich glaub ich muss es zum holen hey? ah so ein kopf, ok hab den schalter nicht gesehen hallo? schon gerade sagen und nee hier ist ne das mach jetzt gerade nicht so, damit krieg ich schon mal den hier voll und auch nicht hallo? so, krieg ich hier vielleicht noch irgendwas zu? und ich glaub ich nur das jetzt zu machen genau, nein, nicht ganz hier muss nochmal glaub ich das sind wir dann nicht wirklich so, aber jetzt halleluja ok, das macht schon Spaß und da ist der Steiner wenn man weiß, wie es geht dann sind die 1 Minute 30 ein Knacks würde ich mal jetzt behaupten man muss auch den richtigen Teil mehr für die Säge finden so der Sammler der Schlaf los schlug die ganze Mission mache ich wie immer auf screen mit dem Boss ja konzentriere ich mich nur für den Kampf was hallo? ist ja jemand hallo eine Maxi Tomate ne, ich hab schon meine Feuerkraft die möchte ich dann doch gerne benutzen oh ähm kann ich hier alles zerstören bitte ok, das reicht ich glaube da hat jemand Hass auf uns ist wo man sieht es doch dass das nicht echt ist eine Falle ähm ok 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 ok, ich hab jetzt nur 2 von 3 ah, ich hab doch alle 3 gefunden, ok ok komm, 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 komm Aua so fehlt sonst immer kein Schaden so jetzt darfst du mal schön brennen du nein so 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 was machst du jetzt? ähm ok okay okay äh, er lässt rum was überhaupt nicht ich bekäle dich immer mal damals aua 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 wie soll man das schaffen halt aua 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 hier kann Schaden zu bekommen ein bisschen nervig werden ok und besiege gürtel mit der spitze aber haben wir machen was schaffe ich auf screen als noch zurück so wolle die stadt die 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 Oh, weh. Ich muss Geld fahren gehen. Okay, gut, dann sage ich jetzt aber an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Kirby und das war gestern alle an. Bis dahin, yldolü. Bis zum nächsten Mal.